Alles schmeckt besser als wie von McDonalds, stimmt das? Ja. Soll ich Burger machen, die besser sind als von McDonalds? Ja. Okay. Bloß die Kinder wissen nicht, dass sie Miyazaki Wagyu Rinder Burger kriegen. Das ist das teuerste Fleisch der Welt. Sonst habe ich die immer veräppelt mit irgendeinem veganen Kreis. Was ist los? Gar nicht. Und so sieht das Fleisch jetzt gerade noch tiefgefroren aus. Ohne viel Schnickschnack, Ketchup, Käse. Bloß die wärme jetzt mit Knoblauchöl. Und so sieht es jetzt ein bisschen angetaut aus und das braten wir jetzt an. Jawoll. Wenn die so aussehen, kommen die noch kurz in die Fritteuse. Für so 5 Minuten bei 120 Grad. Derzeit kommen die Knoblauchbands kurz hier rein. Nicht zu lange, nicht zu kurz, von außen fluffig und von drinnen kross. Hier kommt jetzt der Käse drauf. Und nochmal rein. Ketchup drauf. Und wenn der Käse zerschmolzen ist, kommt das Fleisch auf die Burger. So, und so sieht der Burger jetzt aus. Und jetzt beißt das erste Mal richtig rein. Oh, der Käse ist ja geil. Darf ich auch mal abbeißen? Nein. Warum darf ich nicht abbeißen? Weil es zu lecker ist. Und wie schmeckt es dir, Sandra? Einfach nur geil.